Also wie schützt das hier doch auch noch einer steht? Von mir aus! Vorwärts! Schnell! Ah, hier gibt's ja auch noch einen Zugang. Ich muss jetzt aber warten, bis die restlichen Units über... Vorwärts! ...an dem Berg da vorbeigekommen sind. Bringen wir es zu Ende! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Was wollen die? Haltet durch, Männer! Wo kommen die her? Feindlicher Angriff! Was wollen die? Was ist? Schlagt sie zurück! Wo kommen die her? Auf meinem Befehl! Die sollen weggehen! Geht's los! Wachen wir aus! Hier! Schnell! Da richte! Geht's los! So, unsere Verluste haben sich in sehr großen Grenzen gehalten. Was? Geht's los! Was? Was? Was ist los? Was? Was? Was ist das? So, das war der Turm. Der hoffentlich letzte Turm. Oh, ne nette Rüstung. Hosen, die gar nicht mal so schlecht sind. Also ich musste echt noch mal gucken. Ringe trage ich schon zwei von denen. Ich trage Zerbos Helm. Achso, das ist das Fechtzeug. Okay. Rüstungsmäßig. Was könnte ich denn da... Ne, da habe ich nur die da. Schade. Bogen trage ich das Beste, was ich tragen kann. Die Waffe, da kann ich leider auch nicht mehr ersetzen. Auf mein Kommando. Für die Freiheit. Oh, das ist nur noch ein Seelenschmied. Verstärkt die Deckung. Darf ich töten? Hier. Sofort. Schnell. Auch gut. So, das war das Ding in der Mitte. So, das war ein Seelenschmied. So, das war Ah, das heißt, ich hätte schon längst mal speichern sollen. Speichern hier jetzt mal sicherheitshalber nicht, dass es zu einem Absturz kommt und wir so viel Zeug neu machen müssten. Verbesserung ist fertiggestellt. Schadempler, da sind Templer und Meisterschützen hauptsächlich. Ganz hinten sind jede Menge Priester. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Sofort. Wird sofort ausgeführt. Wird sofort ausgeführt. Dann gucken wir mal, ob wir sie ärgern können. Wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Was ist passiert? Ja, vorwärts. Schnell. Okay, ärgern können wir sie, aber sie kommen nicht raus daraus. Mir nach. Und los. Ihr könnt mich nicht versiegen. Verschwindet. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Schließt die rein. Okay, die Templer sind eine Sache. Haltet durch, Männer. Die Templer sind eine Sache. Die Templer sind eine Sache. Verstärkt die Deckung. Was wollen die? Da kann ich ja mal ein Schlosser. Was ist passiert? Schlagt sie zurück. So krieg ich sie wenigstens. Verschwindet. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Ein bisschen aus dem Spiel. Was wollen die? Weil ich sie mal kurz temporär einfrieren kann. Schlagt sie zurück. Wo kommen die her? Sie sind überall. Was ist passiert? Schließt die Reihen. Geht's los. Verfein' mich. Ach, und da sind die Knochen-Terrors, die mich eigentlich hätten angreifen sollen, als aber nicht getan haben, weil ich vorher verschwunden bin. Haltet durch, Männer. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Wo ist meine Keule? Haltet durch, Männer. Was wollen die? Auf meine Keule. So, die Blockade haben wir. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Rest hier loswerden. Mir nach. Folgt mir. Ihr könnt mich nicht besiegen. Verstärkt die Deckung. Wo kommen die her? Eure Versuche langweilig. Wo ist meine Keule? Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Verstanden. Was ist passiert? Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. So. Ja, vorwärts. Sofort. Da ist die große Belohnungskiste. Da ist aber auch nicht wirklich was drin, was wir gebrauchen könnten. Vorwärts. Folgt mir. Oh, da ist noch eine von der Sorte. Sofort. Folgt mir. Da haben wir den Schar-Großmeister vergessen. Alles andere wird schon abgedunkelt, weil ich glaube, mehr haben wir da nicht vergessen. Ja, hier liegt nichts mehr. Ja. Oh, da ist noch eine von der Sorte. 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 Ja, und da ist das Portal auf die letzte Map. Da laufen sie. Ja, meinen Schatzbrief kann ich dann irgendwann nochmal abgeben. Hier haben wir wirklich alles gedündert. So. Das heißt, ich kann den Knoppt betreten. Halleluja. Ja. Nun, oh Göttlicher. Seht ihr jetzt, was ihr angerichtet habt? Anstatt wie ein wahrer Sohn Aonius abzuwarten, musstet ihr mir ja hierher folgen. Hierher, wo ihr keine Macht habt. Einen solch erbärmlichen Gott hat die Welt nicht verdient. Ich werde euren Platz einnehmen. Ihr dürft nicht mit Belial verschmelzen. Öffnet ihm kein Tor in diese Welt. Und wenn ich eure erbärmliche Götterseele verschlungen habe, werde ich als neuer Gott des Todes über das Land schreiten. Dann empfängt die Welt meine Gnade. Ja. Erfahrungspunkte erhalten. Seenfelsen. Bereits. Folgen mir eigentlich beide oder nur der Irrfit? Auf mein Zeichen. Oh, Schule der Zerstörung kriegen wir jetzt. Auf mein Zeichen. Mir nach. Und die hier müssen wir wohl mit. Ach ja, das Schlüsselloch ist in der Kiste ein Schlitz eingelassen. Daneben wurden fünf toten Schädel in das Holz geschnitzt. Ja, die Schädelmünzen können wir hier jetzt verwenden.